Garten-Tipp Februar 2021 Ja, wir sind immer noch am Holz biegen und wir haben jetzt schon einen Meter aufgebiegen und jetzt seht ihr hier würde man am besten einen Draht eintun von Geländer Ende zu Geländer Ende seht ihr und jetzt kann es Druck geben von aussen spielt dann keine Rolle mehr das Holzgestell, das wir hier gemacht haben es stabilisiert recht gut ja, was soll ich sagen weiterhin viel Vergnügen beim Holz biegen euer Gallus Ottiger